Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für uns mal wieder an zwei Greenchamp Prüfungen. Und zwar auf dem Volleyberg. Dort waren wir ein wenig im Training. Ich glaube, ich habe noch ein Video, das würde ich noch ein bisschen verlinken. Aber sonst sind wir dort noch nie gewesen, also ohne dem Gonkul. Und ja, wir schauen mal, wie das wird. Also man weiss, dort hat es bis jetzt noch nie Greenchamp gehabt, aber immer derbeis, dass dort immer recht schwierig ist. Also nehme ich auch, dass es so im Greenchamp etwas anders wird. Aber nach dem letzten Greenchamp, wo ihr hier nachschauen könnt, finde ich das ein guter Ding. Oder ist es wirklich gut gegangen, wir waren zweimal klassiert. Und ja, ich werde eigentlich versuchen, im ersten Umgang gut vorwärts zu treten. Und im zweiten Ende, je nachdem, auf die Jahrzeit ein bisschen einzustellen. Ich hoffe natürlich, dass wir noch durchkommen. Zumindest in einem Umgang. Und mal schauen, wie das wird. Ich wünsche euch jetzt viel Spass bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020